so hallo wir machen weiter bei jam 2 in unserem cape level area 3 von 5 sind wir ich bin gespannt was da noch alles kommt also ich muss muss ich den blog jetzt mit der blog wäre ja nicht hier bin ich nicht mitnehmen müsste das wollte ich jetzt noch gar nicht drücken da wollte jetzt eigentlich auch noch mal ganz schnell durch die röhre das sollte vielleicht einen neuen state setzen so also was ist okay ich darf die gar nicht berühren aber muss ich muss dadurch rennen jetzt mal war ach und dann fliege ich dabei wahrscheinlich fliegt okay hat an der stelle wo die blaue münze ist ich dann wahrscheinlich los ja okay verstanden puh aboi das war quatsch Aber wie, wie stoppe ich das denn da? Ach, Moment. Moment, da ist so ein Bogen in den Münzen. Soll ich ein bisschen anders fliegen? Erst irgendwie nach hier? Ah, so was soll ich machen. Ja, 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 okay. Gecheckt. Gecheckt. Trotzdem, uff. Oh, das war bisher das Nächste, was wir hatten. Genau dann, wenn ich kompletten Quatsch mache, save ich natürlich, klar. Wie sollte es denn anders sein? Ja, perfekt. What ist, was soll ich denn da tun? Hä, wir werden... Okay. What? Ach, ich muss mir das da hochpfeffern. Ja, moin. Ei, ei, ei. Ei. Ich will nicht wissen, was mich in dem Level noch alles erwartet. Okay. Das war nichts. Kacke. Ah, die Zeit habe ich... Ne, das hat mich in die Hauptschmerzen. Ah, ich muss wahrscheinlich... Okay. Ne, jetzt habe ich wieder nicht gestoppt. Jetzt. So. Oh je. Das wäre eigentlich ganz gut. Hä, ich glaube, das passt ganz gut. Oh boy. Yes. Wir sind durch. Was immer jetzt noch alles kommt, wir sind hier erst mal durch. Hui. Äh, das habe ich so. Okay. Ja. Äh. Da, schnell durch. Okay, perfekt. Ach so. Das war jetzt wahrscheinlich kacke. Ich muss noch fliegen. Was? Die wollen nennen 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 dings. Ich meine, der ist wahrscheinlich vom setup schon so, dass er funktioniert. Ja, er funktioniert einfach. Oh mein Gott. Dieser klebe... Dings. Er funktioniert halt einfach. ich wusste okay okay wie komme ich denn da rein ach so nee muss ich nicht ich kann ja hier stehen aber ich dachte jetzt gerade schon okay das ist er ja vier von fünf jesus ja ich mach mal extra state ich meine es ist zwar die areas wird man von vorne aber sicher sicher was jetzt dieses rote da jetzt bin ich feuer mario ok y was alter was was ist y und x ich meine kommt das da drüben aber auch gott allein der anfang wie y ach so rennen und schießen jetzt fliegt was ich muss dann fliege ich jetzt müssen wir immer wieder was was wie oha jetzt kann ich schießen und fliegen yo ich muss den da oben abschießen yo ist das sick oh mein goodness aber was ist denn jetzt ist es geht jetzt dreht das ding unten komplett durch ich glaube das ist schlechter sein kann ich das noch stoppen zurück wie kriegt es denn so oh gott das war das was zu teilen wird jetzt crazy aber krasse idee was zum was ist denn jetzt muss ich jetzt wieder geweckt wird jetzt wird gibt ok jetzt wird gibt ok jetzt haben wir jetzt haben wir jetzt haben wir den das a jetzt muss ich es bin schon immer auf der ich muss da sind blauer block drin ich krieg das nicht ach jetzt ist er umgestellt ach hier stellt er den um jetzt muss ich den mitnehmen wahrscheinlich jetzt komme ich nicht mehr drüber kam doch schon einmal drüber oder untenrum lieber näher und bis kopf es ist so oder so kacke wir können ja auch das ganze glaube ich einen cycle machen ja perfekt muss ja nur den block treffen so ok cool ok die area haben wir auch geschafft scheinbar weil mario ist im intensiv flying enden mit dem feuer power über luste bilden to face und enemies ansgarten ja ok das heißt wenn die das jetzt hier sagen kommt jetzt noch mal so ein feuerflug abschnitt area 5 von 5 wahrscheinlich beginnt jetzt erst der real shit aber was will wie ach hier dann nicht viel müssen aber wenn ich fliege ist eigentlich falsch hier was ah nee jetzt ach so der muss einmal drücken und dann wieder kaputt ach Gott doch Gott aber das schlimme ist halt man weiß nie ob es aus der position noch geht die man hat aber es scheint zu gehen wenn ich nicht schon ein bisschen fliegen könnte wäre das hier die hölle auf erden das sieht aber gut aus soweit das nicht mehr auch ein bisschen so schön durchgekommen aber jetzt kommen die ich muss da besser durch ich muss da besser ich muss da besser durchkommen ja nice nee ich glaube ich bin im timing verkackt da komme ich nicht durch da komme ich nicht mehr durch was hier vielleicht noch mit ganz viel ich komme da nicht mehr durch da gerade so nicht kriegen wir das hin mit dem letzten pix ah ja da hätte ich schneller durchgemusst na keine Chance noch ein Stück schneller vorher geht das hier könnte könnte gehen mal gucken Patrick ich kann da auch nicht aber ich müsste gleichzeitig speaten hier hier geht es auch nicht aber ich könnte es nicht ganz cool sein Okay, dann eben hier nochmal. Ich bin halt hier schon langsam, das ist wahrscheinlich schon das Problem. Ich müsste wahrscheinlich da schon schneller durch. Da ist mein Opening. Oh boy. Okay. Ah, es ist trotzdem jetzt kacke hier. Ah. Es ist mein... Ich bin so niedrig, ich muss höher kommen. Ah, shit. Ah, ich komme zwar durch, aber es reicht noch nicht. Ganz unwünstiger. Ah, dann kriege ich da keinen Auftrieb mehr. Jetzt. Okay, jetzt haben wir wieder gut im Timing. Ich muss hier gar nicht mal so schnell durch. Aber ich will hier eigentlich ganz gerne schnell durch, oh Gott. Aber vielleicht kann ich so wieder ein bisschen... Ja, nice. Oh, die darf ich nicht einsammeln. Verstanden. Weil ich muss Flugfeuer Mario bleiben. Wo kommt der jetzt her? Oh, die States. Okay, der ist gut, der ist gut, der ist gut, der ist... Nein, der ist nicht gut. Äh, die Fehlern. Wie kriegt die denn? Wie sieht die denn am Anfang von dem State so runter? Oh, alter. Kann ich unter der vielleicht durch? Ist die so hoch, dass ich unter der durchkäme? Ich glaube nicht. Oh, shit. Nein, dann kann ich mal schießen. Ich muss schießen können weiterhin. Nice. Nein! Oh. Okay, jetzt sind wir nur noch am Fliegen. Jetzt darf ich wahrscheinlich keine Blume einsammeln oder keine Ahnung. Okay. Okay. Hä, wo ist denn der... Der Ding ist weg da unten. Hä, wann hat der sich dann verabschiedet? Da ist er noch. Oh, der hat sich aufgescreened einfach. Ich muss ein bisschen schneller hier machen, sonst ist der weg. Der hat sich nach vorne... Dann hat er sich aufgescreened, ne? Oh boy. Muss ich darauf achten, dass der da bleibt. Jetzt ist er noch da, ne? Ja, jetzt ist er noch da. Jetzt ist alles gut. Jetzt nicht mehr. Ah, das heißt, die eine Feder, die da jetzt hochschießt, die kann ich ja einsammeln. Die tut ja nicht weiter weh. Wird ist er schon wieder weg? Äfter ist er schon wieder weg. Da ist er noch. Da ist er schon... Ne, da verschwindet er dann wieder zu schnell. Ich glaube, da komme ich nicht durch. Ne, dann haut er hier ab. Okay. Kann ich ihn da hier noch behalten? Ne, keine Chance. Das ist gar nicht so einfach, das alles gleichzeitig zu drücken, ne? Da ist er noch. Jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich dich wieder, mein Freund. Das war eine ungünstige Stelle. Uff. Jetzt passt aber alles nicht mehr, wo ich vor und durch geflogen bin. Ah. Das kommt hier aber gleich. Dafür kommt hier gleich der Abend. Ah. Nice. Ei, ei, ei. Was? Was? Was soll ich denn da jetzt machen? Hä? Ist da am Boden irgendwas, was mir hilft? Hä? Oh, ich glaube, ich weiß es. Ich drücke die falsche Taste. Ja, moin. Deswegen ist da nämlich das Federsymbol. Und dann machen wir hier jetzt nämlich wieder sowas hier draus. Haben wir es? Haben wir es? Ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben es. Okay, dann haben wir mal. Nochmal den Deckenkleber. Mit einem vermeintlich netten Setup. Nice. Sieht gut aus. Nein, ich bin ein Safe-State-Gamer. Jo. Was? Kann man es Yoschi nicht sagen? Okay. Uff. Das war interessant. Ja, das ist eine wunderschöne Oberwelt. Great job and beating special world as reward. Here us some pictures of cats. Kommt dazu wirklich Katzen? Oder? Ich bin mal ganz kurz. Ihr seht gleich wieder was. Okay. Moment, das ist meine Maus. Äh, okay. Das sind sehr verstörende Bilder. Ich war nur nicht sicher, ob ich hier, ne? Ob hier nicht was komisches kommt. Aber wir sind hier nicht bei Valkana Land. Offenbar kann man hier. Kommt jetzt gleich noch die Katze mit der Butter auf den Kopf. Okay, kommt die Katze nicht mit dem Butter auf den Kopf. Okay. Das war das. Uff. Dann, äh, geht's nächstes Mal hier unten weiter. Da fehlen ja noch zwei Level. Danke fürs Zuschauen. Und denke, so langsam sind wir dann auch bald hier durch. Ne? Viel fehlt nicht mehr. Weil wenn wir das hier haben, fehlt eigentlich nur noch Bows aus Castle. Sehe ich das richtig? Ich glaube ja. Und tschüss. Und tschüss.